Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Saints Row 4. Wir haben beim letzten Mal einen Knotenpunkt gecleared. Mal schauen was uns jetzt erwartet. Wir hätten drei Aufträge, wir hätten auch Upgrades. Schauen wir hier mal. Gateway. Vakuum. Ja. Gewehrmunition, Schrotflintenmunition. Superstärke. Ja, das sind jetzt alles so. Ja, EP hört sich ganz nice an. Das ist auch nicht schlecht. Aber dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Dann holen wir uns auch direkt wieder Bargeld. Was sagen denn unsere Aufträge? Auf dem Schiff treffen hilft der KI. Damit warten wir jetzt noch. Denn erstmal würde ich gerne. Hm. Was machen wir denn? Ich würde interessieren, was da oben noch so ist. Schauen wir uns das mal an. Ah, hier haben wir einen Unruheherd. Oh, hier sind gerade so viele. Das Niefernet stopt being fun. weg mit dir schon langsam brauchen wir echt munition lebt natürlich noch der eine der da unten ist das hätten wir erledigt es wird vergeteilt nachdem muss ich erst hacken okay zeit den goldenen ball zu fangen wo auch immer der ist hier haben wir noch mal daten jede menge schon wieder okay da ist der ball da ist noch ein unruhe herz schauen wir mal dass man munition haben alle pistolen haben wieder da 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 das ist da die da die Ah, da hab die Skade. Oh, der verarscht mich doch. Na, jetzt haben wir ihn. Na, endlich. So. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 saudi probleme und ich habe ein kleines munitionsproblem und ich habe ein kleines munitions doch geschafft das war aber schon knapp möchte ich mal behaupten wir brauchen jetzt auf jeden fall munition was soll jetzt wieder weggeklickt wir besorgen uns jetzt mal schnell munition ja 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 dann hacken wir das ding mal die wir haben dreimal gerade hoppla das wollte ich doch gar nicht da gibt es nix besseres die sniper wäre schon geil irgendwie so da haben wir die muni und wir haben ein neues scharfschützen gewehr das werden wir auch gleich mal aus testen was haben wir denn hier in der nähe einen unruhe herd der ist auch da drüben auf dem dach hoppla naja gut dann springen wir da nicht hoch aber jetzt wo habe ich denn gute sicht auf das dach und hier aus ich sehe keinen gegner da stehen sie hier hier anscheinend kann man da oben nicht stehen wir sind genau nichts alles klar dann auf die gute altmodische hier anscheinend rennen die dich rein und das war ja easy die sind wir wieder aufgestiegen das haben wir hier noch einen chaos lauf den ziehen wir auch schnell durch hoffe ich ich mache jetzt schon wieder das wollte ich machen gott watch out for fast women so create wind in my hair Yes! Direct Gold Wow Dann schauen wir uns weiter um Was da noch so los ist Okay Da haben wir anscheinend noch einen Unruheherd Und kann ich hier nicht drüber springen Jetzt können wir die Sniper ausprobieren Ausgewählt bekomme Ich sollte meine Wunderschönheit Ich sollte meine Wunderschönheit Das ist schlecht das Teil Und dann haben wir hier noch eines Ja Auch nochmal ein Unruheherd Stab Da leuchtet doch noch einer durch Aber dann treff ich nicht Okay Und den Rest machen wir auf die gute altmodische Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Verdammt Natürlich nicht getroffen, verdammt Scheiße Aber jetzt Warte Wer steckt anscheinend hier fest Aua Nice Also schauen wir uns hier noch um Ein paar Daten die wir uns holen werden Alter war doch was Ein Textadventure Hier hinten ist noch ein Da war das Ich wusste doch ich habe noch eins gesehen Okay Damit hätten wir hier Diesen Teil fertig Dann machen wir die folge halt so lange bis wir das viertel hier haben Wir haben noch den laden Okay Wir haben gerade 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 Ja Jawohl Dann hätten wir den hier auch fertig Okay Was fehlt uns denn jetzt noch Ufo Wanderlismo Oh mit einem fliegen Wanderlismo Wanderlismo Mit dem Ding hier Mit dem Ding hier Mit dem Ding hier Ah ja Wanderlismo 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 Ah wir haben Raketen auch Alles klar Wo do I have to kill to get some attention? Warum treffe ich den Dick? Das zeige ich hier auch noch fest. Das ist so easy. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Stufe 10 Das ist schonmal nice Ausdauererhöhung 2 Brauchen wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt das Viertel hier fertig machen. Alter, ist es schon. Gehe zum Ziel. Töte das Ziel. Alles klar. Okay, das ist wieder so ein Fragezeichen. Na, wo willst du hin? Alter, jetzt reicht es aber dann. Okay, ich habe hier überall rote Punkte, aber ich sehe niemanden. Ich glaube, hier habe ich alles erledigt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir gerne ein Like, Abo und Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Adeley ist es wiederenssinn! So... F Будu vielleicht